Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach auf Spotify Geräte entfernen könnt, so dass im Prinzip kein anderer mal euren Account nutzen kann, beziehungsweise ihr euch von anderen Geräten abmeldet, so dass keine Anmeldung mehr möglich ist. Und zwar dafür können wir einmal hier oben erstmal auf unseren Namen drücken und kommen dann jetzt hier hin und können dann auf Account gehen. Wichtig ist, es sollte auch über die App funktionieren, probiert es da aus, ansonsten geht das hier natürlich auch über den PC. Und dann kommen wir jetzt einmal hier direkt auf diese Webseite und hier müsst ihr einfach nur nach unten scrollen, dann habt ihr das auch schon hier bei mir und hier steht dann auch schon überall abmelden, da drückt ihr einmal drauf, das kann dann ungefähr bis zu einer Stunde dauern. Dann werdet ihr von allen Geräten einmal abgemeldet, aber könnt euch dann danach wieder neu anmelden und die anderen Geräte, die nicht auf euer Konto zugreifen sollen, sind dann im Prinzip weg. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen, würde mich extrem freuen. Bis dahin, haut rein und ciao.